Die Digitalisierung ist eine Aufgabe, bei der alle Bereiche der Bank Hand in Hand arbeiten. Banken, die intelligent digitalisieren, haben die Chance, neue Kunden in einer Branche zu gewinnen, in der bislang Marktanteile eigentlich und das insbesondere in Deutschland relativ starr waren. Unsere Aufgabe ist es schlichtweg, online und offline intelligent miteinander zu verbinden. So waren wir die erste Bank in Europa, die ihren Kunden Mobile Banking App mit Fingerprint Login und Fototan ermöglicht hat. Auf Dauer werden Orte wie die Digitalfabrik die Arbeit in der gesamten Deutschen Bank grundlegend verändern. Momentan kooperieren wir sehr eng mit sechs Fintechs, beispielsweise in der Entwicklung der Multibank-Aggregation, beim Aufbau des Einlagenmarktplatzes für unsere Kunden und bei der Einrichtung eines E-Safes, unserem digitalen Bankschließfach. Wir werden auf die Digitalisierung nicht nur reagieren, nein, wir werden sie aktiv gestalten. Wir werden auf die Digitalisierung nicht nur reagieren, nein, wir werden sie aktivieren, nein, wir werden sie aktivieren, nein, wir werden sie aktivieren. Vielen Dank.